Hallo zusammen, mein Name ist Pascal Helfer und ich bin der Skillbox-Trainer vom Skillbox-Modul Innovativ dank Crowdsourcing. Crowdsourcing ist immer noch für viele eine neue Angelegenheit. Und was ich gerne mit euch machen möchte, ist, dass ihr selber nach diesen 2,5 Tagen euer ersten kleinen Crowdsourcing-Projekt selber lancieren könnt. Die werden das machen, es wird sehr praxisorientiert sein und die werden mit dem Prozessverständnis, welches wir zusammen würden, durchgehen und die einfachsten Tools, die gratis sind, einzusetzen, werden die fähig sein, das selber zu lancieren und durchzuführen. Wir werden natürlich weiter schauen, was gibt es für Stolpersteine dort in Ihnen, auf was muss man achten, wo kann man sie gezielt einsetzen, sei es im privaten, aber natürlich auch im beruflichen Umfeld. All die Einsatzmöglichkeiten werden wir zusammen anschauen. Ich freue mich wahnsinnig auf euch und es wird eine ganz, ganz spannende Sache. Bis dann, tschüss zusammen! Bis dann. Bis dann. Bis dann. 미